Weiterhin 1 zu 0 und dann eröffnet sich ein langer Fight-Club-Abend hier in Ljubljana. Jonathan Furland und Miha Verlic im Infight bzw. Bostjan Grosnik und dann geht's neben dem Eis munter weiter. Schiedsrichter Gespann muss einige Strafen aussprechen, darunter Match-Penalty gegen Furland und Spieldauer disziplinar Strafe gegen Holst, Verlic und Grosnik das Ganze nach 33 Minuten. Also heiße Emotionen am Eis.